Heute spielen wir Just Cause 2 und die Aufnahmen, die brechen einfach immer ab. Und wir sind hier, ich bin hier mit dem LKW ins Militär eingedrungen, in der Nacht. Da war es ja noch Nacht, aber jetzt ist es schon langsam Tag. Ah, ich hasse das. Nimm das und befestige es da. Ja, und jetzt benutzt das schicke Auto hier und es bricht natürlich nicht zusammen. Das war logisch. Wie kann man das... Bricht zusammen, Mann. Wie soll das gehen? Ah, Standsprung. Und einfach reinstecken. Ich hoffe, die bemerken mich nicht, wenn ich wieder... Kannst du nicht ein bisschen noch von der Handbremse... So. Nein. Das heißt, das... Daher. Und jetzt steige heim. Oh, mach das gefälligst. Wieso geht das nicht? Hä? Die haben mich entdeckt. Oh Mist. Oh Mist. Ich weiß, was ich tue. Bam. Ich hoffe, die finden mich nicht hier nicht. Ich verschwinde mal. Aber wo ist das Dorf, in dem ich war? Rennherausforderung. Ich mach einfach mal... Wegpunkt setzen. Da ist es. Mission. Gut, ich bin der nun erwischt. Oh verdammt, oh verdammt. Alter. Ich will die Mission hier starten. Hä? Das will natürlich auch nicht kaputt gehen. Kann ich die Mission hier starten? Kann mir das jemand mal sagen? Legende. Also, Tag und Usu. Stadt. Dorf. Ah, denn ich will nämlich ins Dorf. So. Ach so, jetzt muss ich hier alles kaputt machen. Aber dafür brauch ich das hier. Hey, pass auf. Schießt das kaputt. Hallo. Oh, das ist natürlich viel zu dumm. Benutzen. Wieso geht das nicht? Oh. Oh. Hey, darf ich den töten? Ich will den nun nicht töten. Oh. Alles klar. Hey du, kannst du darauf schießen? Hey du. Darf ich dich da runterziehen? Nein, darf ich nicht. Okay, schade. Ich will den. Denn ich würde dieses MG-Dyke sehr gerne benutzen. Was, ich soll ins andere Fahrzeug? Ah. Wow. Oder hier ist doch irgendwie so ein Ding. So. Okay, passt jetzt nichts. Geh jetzt wieder hier rein. Benutzen. Wieso geht das nicht? Ist noch dieser Truck hier vom Fall? Ja. Benutzen sollst du den. Ich hab geschossen. Ups. Nein, nein, nein. Ich hab nichts gemacht. Ich war jetzt einfach dagegen. Ich bin lebensmüde. Ich bin lebensmüde. MG, bitte, bitte, bitte. Bitte. Nein, hier ist kein MG. Sehr schade. Hier ist eigentlich niemand. Ey. Gut. Was passiert eigentlich, wenn ich hier alles in die Luft sprege? Passiert dann etwas? Irgendetwas? Wenigstens etwas? Warte, kann ich das aber auch kaputt schlagen? Das sollte doch gehen, oder? Brennt er schon? Nein. Okay. 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 Bitte, ein MG. Na, wieso ist hier nirgendwo ein MG? Man kann auch sprinten. Ja? Nee. Hä? Wie kann man sprinten? So. Ja. Naja, Leute. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 노�도. Na, nein. Ja. Ja. Nu. Und sie. Das war's mit. Mann. Ja. Website dasgel beads. Aha. Ja. Na, nein. Ä minute. Ja. Alles. Na, nein. Ichi. Ja. to sie. 스� prä push. Da. Beide千 sko超. Und die Weihnachten. Tscho. Ho 만든 contempt. Sani. We utilize. すASCH-Hach. Die neighborhood strike. Kim. Ichi.